Die Pfarrgemeinde St. Norbert in Duisburg Die Pfarrgemeinsvorsitzende Rudolf Metgen und Bildungsreferent Andreas Schellhase durften eine fast ausverkaufte Kirche vermelden. In einem spannenden, teilweise auch amüsanten Vortrag gelang es dem Vatikankenner in seiner lockeren Art, den vielen Zuhörern einen lebendigen, manchmal sogar intimen Blick in das Innenleben des Kirchenstaates zu geben. Große Begeisterung bei den Zuhörern und für die KAB St. Norbert eine äußerst gelungene Veranstaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017